Hi, heute möchte ich euch ein bisschen was über Werte erzählen und euch eine kleine Übung an die Hand geben, mit der ihr herausfinden könnt, welche Werte euch im Leben wichtig sind. Los geht's! Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Metamorphose. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, heute möchte ich euch ein bisschen was über Werte erzählen. Kennst du deine Werte im Leben? Welche Werte im Leben sind dir wichtig? Und lebst du deine Werte wirklich? Ist dir bewusst, welche Werte du überhaupt hast? Und wo im Leben verstößt du eigentlich gegen deine eigenen Werte? Ja, Werte sind sehr wichtig in unserem Leben. Jeder Mensch hat andere Werte. Und jedem Mensch sind eben andere Werte wichtig oder andere unwichtiger. Das verändert sich oder kann sich auch verändern im Laufe unseres Lebens. Natürlich, klar, wenn du Gesundheit hast, ist der Wert dir wahrscheinlich in dem Moment nicht so wichtig. Wenn du dann krank bist und im Rollstuhl zum Beispiel sitzt, dann wird dir der Wert Gesundheit auf einmal sehr, sehr wichtig. Weil dir was fehlt, weil dir Gesundheit fehlt. Und naja, es ist eben sehr, sehr wichtig, mit seinen Werten im Einklang zu leben. Weil es uns unglücklich macht, wenn wir unsere Werte nicht erfüllen im Leben. Genau, und da habe ich eine kleine Übung für euch, wie ihr eure Werte herausfinden könnt. Ich gebe euch erstmal ein paar Beispiele, was überhaupt Werte sind. Werte sind zum Beispiel Gesundheit, Sicherheit, Liebe, Mut, Ehrlichkeit, Ausgeglichenheit, Entspannung. Also alles Dinge, die dir eben wichtig sind im Leben. Treue, Wahrheit, das sind alles Werte. Und wenn du jetzt herausfinden möchtest, welche Werte dir wichtig sind, gebe ich dir jetzt mal eine kleine Übung. Und zwar, nehm dir einen Zettel und schreib dir 40 Werte auf. Schreib die nacheinander von oben nach unten auf. Es gibt genug Listen von Werten im Internet, wo du dir ein paar Werte heraussuchen kannst. Du kannst natürlich auch noch ergänzen und noch andere Werte dazu schreiben, wo du eh schon weißt, ja, ich schätze mal, die sind mir wichtig. Ja, du schreibst die auf den Zettel, schreibst die untereinander auf und dann vergleichst du die Werte miteinander. Also du nimmst dir den ersten Wert oben, zum Beispiel, sagen wir mal, Mut. Und vergleichst ihn mit dem zweiten Wert. Und dann stellst du dir die Frage, was ist dir wichtiger? Mutig im Leben zu sein? Eine Welt voller mutiger Menschen? Selbstmutig zu sein? Oder gesund zu sein? Sagen wir mal, der zweite Wert ist Gesundheit. Was ist wichtiger? Viele werden jetzt sagen, ja, klar, für mich ist es die Gesundheit, ist doch völlig klar. Nee, es ist nicht. Weil jeder Mensch ist anders. Was für dich klar ist, das muss es für einen anderen Menschen noch lang nicht sein. Und deswegen gibt es auch oft so viel Missverständnis zwischen den Menschen. Weil der eine Mensch hat den Wert, der andere Mensch hat den Wert. Und ja, wir sollten die Werte anderer Menschen respektieren. Also du nimmst dir einen Zettel, schreibst diese Werte hin. Soweit waren wir ja schon. Vergleichst den ersten Wert mit dem zweiten. Dann stellst du dir die Frage, eine Welt ohne Gesundheit oder eine Welt ohne Mut? Was wäre schlimmer? Und genau. Dann machst du den Strich bei Mut, zum Beispiel, wenn dir Mut wichtiger ist. Dann vergleichst du den Mut mit dem dritten Wert. Mut und Sicherheit. Was ist dir wichtiger? Sagen wir mal, Sicherheit ist dir wichtiger. Dann machst du da den Strich. Und so gehst du alle Werte durch. Das macht viel Arbeit, ja, ich weiß. Dann nimmst du den zweiten Wert, also in dem Fall die Gesundheit, und gehst komplett die Liste durch. Vergleichst jeden Wert mit. Also die Gesundheit mit jedem anderen Wert. Machst auch wieder Strichliste. Dann guckst du mal, was dabei rauskommt. Und oft kommen Dinge dabei raus, Werte, die uns wichtig sind, wo wir gedacht haben, hä? Oder wo wir denken, okay, hm, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen nimm auf diese Liste auch Werte mit drauf, wo du denkst, ist gar nicht so meins. Im Seminar, der Julian Wolf, nimmt immer ein gutes Beispiel. Und zwar, stell dir vor, jemand steht vor dir, hält eine Pistole dir an die Schläfe und sagt, willst du lieber die Sicherheit, dass die Pistole nicht geladen ist, oder willst du lieber, äh, jetzt habe ich einen Hänger. Ja, genau, ist dir Vertrauen wichtiger oder Sicherheit? Vertraust du mir, dass die Pistole nicht geladen ist? Oder willst du lieber, ist dir die Sicherheit wichtiger und du willst sicher wissen, dass sie nicht geladen ist? Kann man so machen. So kann man herausfinden, was ist einem wichtiger, Vertrauen oder Sicherheit? Ja, wenn du deine Werte dann herausgefunden hast, dann guck doch mal, wo du im Leben diese Werte wirklich lebst oder wo du gegen deine Werte lebst. Denn wie schon am Anfang des Videos gesagt, wenn wir gegen unsere Werte leben, dann macht es uns unglücklich. Und oft ist uns dann gar nicht bewusst, warum wir unglücklich sind. Genau. Ja, schreib mir doch mal in die Kommentare, welche Werte dir in deinem Leben wichtig sind. Vielleicht machst du den Test? Würde mich mal interessieren, was bei dir herausgekommen ist. Also bei mir, ich habe den schon mehrfach gemacht, den Test, das ändert sich auch ein bisschen nach. Ganz oben steht bei mir immer Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist mir so verdammt wichtig. Ehrlichkeit steht vor Treue, Ehrlichkeit steht vor fast allem. Also, ich hätte lieber, dass mich meine Partnerin betrügt und mir das ehrlich sagt, als dass Treues aber mich ständig anlügt. Versteht ihr, was ich meine? Ehrlichkeit ist einfach eines meiner Top-Werte. Ja. Genau. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das sollte erst mal gewesen sein. Lasst mir ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr wisst ja, dass ich meinen YouTube-Kanal pushen möchte und auf 100 Abonnenten möchte dieses Jahr noch. Ich überlege sogar, ob ich nicht vielleicht sage, wenn ich 100 Abonnenten erreicht habe, dann werde ich irgendwas Bestimmtes machen. Also, irgendwas, was mich aus meiner Komfortzone lockt. Wenn ihr dazu Vorschläge habt, immer her damit. Unten in die Kommentare, haut rein, was ich da so machen könnte, wenn ich die 100 Abonnenten erreicht habe. Ich meine, damit mache ich es interessant, für Leute, auf meinen Kanal zu kommen und das ist für mich eine Herausforderung. Also, her damit mit den Vorschlägen. Alles klar. Dann, bis bald. Ich wünsche euch was. Viel Erfolg, Glück und eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Ciao. hinterher. Bis bald. Ichioxid-Rext.